Am Anfang war die Dunkelheit. Und dann ein Knall. Er gebar die sich endlos ausdehnende Existenz von Zeit, Raum und Materie. Tag für Tag lüften neue Entdeckungen die mysteriösen und unfassbaren Geheimnisse unseres Universums. Die Zerstörung des Planeten Erde, unzählige Prophezeiungen und Science-Fiction-Geschichten haben sich von dieser Vorstellung inspirieren lassen. Viele aufregende Szenarios. Sofortige Verdampfung, extreme Spagetifizierung, Tod durch Antimaterie. In dieser Sendung zeigen führende Experten auf den Gebieten der Astronomie und Astrophysik, wie man die Erde zerstören könnte. Gebäude würden schmelzen. Aus fester Materie wird Plasma. Alles würde sich auflösen. Auf explosive Weise werden wir die Physik unseres Planeten und des Universums offenlegen. Machen Sie sich bereit für zehn Visionen terrestrischer Terminierung. Zehn Methoden, die Erde zu zerstören. Nicht nachmachen. Überleben. Das ist ein Spiel, das unser Planet jeden Tag gegen ein aggressives Universum spielt. Seit viereinhalb Milliarden Jahren besteht die Erde nun schon. Doch das Spiel dauert an. Nichts konnte uns bis jetzt umbringen. Einige Bedrohungen, wie hyperintensive Gammastrahlen weit entfernter Galaxien, verfehlen uns komplett. Andere Gefahren dringen gar nicht erst durch unsere unsichtbaren Schutzschilde. Das Magnetfeld der Erde hält gefährliche geladene Teilchen ab. Die Ozonschicht filtert UV-Strahlung. Auch wenn es der Kosmos noch nicht geschafft hat, die Erde zu zerstören. Einige Wissenschaftler hätten da ihre Ideen. Etwa Dr. Bruce Betts, ein Experte für Asteroiden und anderen Weltraumschutz. Wie ich in meinen wahnsinnigeren Momenten die Erde zerstören würde? Ich würde meinen Wurzeln treu bleiben und ein ordentlich großes Objekt gegen die Erde rammeln. Und so beginnt unser Countdown der Katastrophen mit Nummer 10. Treffer aus dem All. Kollisionen sind die Monster Truck Rallys der Weltuntergangsszenarien. Doch Betts weiß, dass es nicht so einfach ist, die Erde durch einen Einschlag zu zerstören. Schlimme Einschläge verursachen Verwüstungen. Aber sie sind kaum in der Lage, die gesamte Erde zu zerstören, obwohl sie vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier und 70 Prozent der Spezies auf der Erde auslöschten. Denn der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, hatte nicht genug Masse, um den Planeten vollständig zu zerstören. Der Asteroid war etwas größer als der Mount Everest, was eindrucksvoll klingt, aber nicht aus 300 Kilometern Entfernung. Wenn wir einen maßstabsgetreuen Globus hätten, könnte man das Gebirge mit den Fingerspitzen nicht fühlen. Es wirkt gigantisch, aber verglichen mit der tatsächlichen Größe der Erde ist es wie ein Ameisenhügel. Wir brauchen etwas, das mindestens halb so groß ist wie die Erde, ein Zehntel so massiv und das sich mit 50 Kilometern pro Sekunde auf uns zubewegt. Nehmen wir den Mars. Man könnte den Mars-Orbit verändern und den Planeten Richtung Erde schleudern. Während sie sich annähern, würde ihre eigene Schwerkraft sie gegenseitig anziehen. Während der rote Planet unseren Himmel füllt, löschen enorme Tsunamis, Inseln und Küstenstädte aus. Doch es kommt noch schlimmer. Wenn man auf der Seite lebt, auf der der Mars einschlägt, sofortige Verdampfung. Jene Seite, die nicht direkt getroffen wird, wird von gigantischen kontinentalen Erdbeben heimgesucht. Die Hitze von dem Einschlag verwandelt alle Wälder in ein Inferno. Geschmolzene Berge von Erd- und Marsgestein, die ins All geschleudert wurden, regnen in einem apokalyptischen Schauer der Zerstörung auf die Erde. Eine Stunde nach dem Einschlag ist alles, was auf der Erdoberfläche lebte, tot. Doch die Erde ist so groß, dass selbst ein direkter Treffer durch den Mars den Planeten zwar beschädigt, aber im Grunde intakt zurückließe. Um die Erde wirklich zu zerstören, müsste uns etwas Größeres treffen, wie unser Schwesterplanet, die Venus. Die Venus hat einen erdähnlichen Durchmesser und über 80 Prozent ihrer Masse. Wenn also die Venus die Erde trifft, war es das. Beide Welten zerbersten. Riesige Fragmente schießen ins All. Der planetarische Schutt, der zurückstürzt, wird sich zu einem Erde-Venus-Konglomerat vereinigen, das größer ist als die ursprünglichen Planeten und so tot wie der Mond. Keine Frage, eine gute Methode, um die Erde zu zerstören. Aber wie wahrscheinlich ist sie? Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat uns etwas von der Größe des Mars getroffen. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Merkur, der Sonne am nächsten, hat eine ziemlich elliptische Umlaufbahn. Er ist diversen Gravitationsstörungen durch die anderen Planeten ausgesetzt. Solche Veränderungen können indirekt auch die Umlaufbahnen anderer Planeten beeinflussen. Insbesondere der Mars könnte eine Bahn annehmen, die sich eines Tages mit der Erdumlaufbahn schneidet. Die Wahrscheinlichkeit einer realen Mars-Erde-Kollision beträgt ein Prozent über einen Zeitraum von vier Milliarden Jahren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Stellen Sie sich vor, in diesem Stadion befände sich eine einzige Fliege. Wenn ich mit meiner Hand einfach nur so machen würde, wie hoch wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei diese Fliege fange? Man würde nicht sagen null, weil es nicht ausgeschlossen ist, aber extrem gering. Der Zusammenstoß mit einem Planeten ist nur eine Methode, die Erde zu zerstören. Wenn man nun aber einen längeren, langsameren, schmerzhafteren Prozess wünscht, dann könnte man etwa die Erdumlaufbahn so verändern, dass sie sich immer weiter von der Sonne entfernt. Willkommen zu Methode Nummer 9, die Erde zu zerstören. Die große Kälte. Unter normalen Umständen führt uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund fünf Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit fünf Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Die meisten Nutzpflanzen würden verenden. Die gesamte Nahrungskette bräche zusammen, wenn sich die Erde von der Sonne wegbewegen würde. Und wenn man es auf die Spitze treibt und bis zum Orbit des Neptuns ginge, dann würde ein Großteil unserer Atmosphäre anfangen zu gefrieren. An einem schönen Tag herrschen minus 210 Grad Celsius. Nichts kann an der eisigen Oberfläche überleben. Selbst die Ozeane gefrieren. Doch vier Kilometer unter der Oberfläche ist das Wasser noch flüssig. Dank der Hitze unterseeischer Vulkane. Das Schwefelhydroxid aus diesen hydrothermalen Schloten wird auch weiterhin exotische Formen chemosynthetischen Lebens ernähren. Die anhaltende Hitze aus dem Erdkern könnte auch der Menschheit helfen zu überleben. In Städten unter der Oberfläche. Die Menschheit ist eine sehr widerstandsfähige Spezies. Sie würde Wege finden, sich unter der Erdoberfläche zu verschanzen. Man könnte die geothermale Energie nutzen, um einen Teil des gefrorenen Materials wieder flüssig zu machen. Ein Teil des Wassers ließe sich in Sauerstoff und andere benötigte Gase verwandeln. Unterirdische Farmen könnten ein paar Millionen Menschen versorgen. Es wäre keine einfache Situation, aber der Planet und zumindest ein Teil seiner Menschen könnten überleben. Doch das ist nicht der Fall bei Methode Nummer 8, die Erde zu zerstören. Sich auf die Sonne zuzubewegen, eine heiße Reise. Stellen Sie sich vor, jedes Jahr der Sonne 5 Millionen Kilometer näher zu kommen. Globale Erwärmung bekommt so eine ganz neue Bedeutung. Sich verflüssigende Polareiskappen? Das wäre nur in den ersten paar Jahren der Fall. Der Meeresspiegel könnte um 60 Meter steigen, bevor das ganze Wasser verdampfen würde. Wenn man sich Richtung Venus bewegt, ein Drittel auf dem Weg zur Sonne, kommt man an den Punkt, auf dem man das flüssige Wasser verliert und es verdunstet. Schließlich hat man eine CO2-Atmosphäre, einen massiven Treibhauseffekt und eine Oberfläche, die noch heißer ist als ganz ohne Atmosphäre. Von Alaska bis Australien beträgt die Durchschnittstemperatur knapp 500 Grad Celsius. Alles komplexe Leben ist tot. Und der Planet selbst bereitet sich auf das Eintauchen in das nukleare Herz der Sonne vor. Astronomen und Astrophysiker haben sich zehn Methoden einfallen lassen, um die Erde zu zerstören. Und nachdem sie zertrümmert und langsam eingefroren wurde, befindet sich der Planet nun auf einer Todesspirale in die Sonne. Methode Nummer 8, die Erde zu zerstören. Tod, Böde und von Treibhausgasen erstickt, ist die Erde nur noch wenige Millionen Kilometer von dem Stern entfernt, der ihr einst Leben spendete. Schließlich wäre alles, was übrig bleiben würde, nur ein großer Ball. Ein verbrannter, verkohlter Schlacke-Klumpen, der sich immer weiter auf die Sonne zu bewegt, bis der Rest verdampfen würde. Der Dampf würde von Effekten wie den Solarwinden weggeblasen. Für eine kurze Zeit würde es aussehen wie ein Komet. Zum Schluss bleibt nur der Kern übrig. Ein 6900 Kilometer messender Ball aus Eisen, Nickel und radioaktiven Metallen, so heiß wie die Sonnenoberfläche, aber zwei Millionen Mal kleiner. Der Rest, der letztendlich mit der Sonne kollidieren würde. Die Sonne würde nicht einmal erschüttert. Um unsere Umlaufbahn dermaßen fatal zu ändern, bräuchte es vermutlich nicht weniger als eine viele Lichtjahre entfernte, verirrte Sonne, die die Schwerkraft des gesamten Sonnensystems durcheinanderbringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern nah genug vorbeikommt und das bewirkt, ist sehr gering, aber nicht unvorstellbar, dass das in den nächsten paar Milliarden Jahren geschieht. Die Sonnenumlaufbahn der Erde zu stören, bedeutet einen langen, hinausgezogenen Tod. Doch ihre Rotation anzuhalten, wäre ein äußerst brutales Ende. Das ist Methode Nummer 7, die Erde zu zerstören. Ende der Rotation. Wenn man die Erde anhalten würde, aber nicht die Objekte, die auf der Erde herumstehen, würden diese sich weiter bewegen. Man würde mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand geschleudert werden. Die Erde bewegt sich mit etwa 1600 kmh. Und wenn sie plötzlich stoppt, würde die Atmosphäre nicht mit ihr anhalten. Man hätte augenblicklich überall auf dem Planeten einen 1600 kmh starken Wind. Exakt zur selben Zeit würden gewaltige Mengen aufgestauter rotationaler Reibung als ungeheure Hitze freigesetzt. Gestein und Gebäude würden schmelzen. Bald wäre die Erde eine tote Welt, die die Sonne umkreist. Unser Tag-Nacht-Zyklus würde von der Zeit diktiert, die die Erde für einen Umlauf um die Sonne braucht. Ein Tag wäre ein halbes Jahr lang und eine Nacht wäre ein halbes Jahr lang. Eine Seite wäre sechs Monate am Stück der Hitze der Sonne ausgesetzt. Während die dunkle Seite Wärme verlieren würde, es gäbe nur zwei Jahreszeiten. Schlimm. Und schlimmer. Diese Differenz zwischen der heißen und der kalten Seite würde gewaltige Windjets erzeugen, die von einer Seite zur anderen fließen. Gewaltige Konvektionsströmungen. Von Pol zu Pol wäre das Schattengebiet zwischen heller und dunkler Seite mit gewaltigen Zyklonen gefüllt. Während die Erde sich um die Sonne bewegt, würden die zwei 20.000 Kilometer Bänder von Extremwetter um den Globus peitschen. Alle sechs Monate hätte jeder Punkt auf Erden eine Zyklonsaison. Vereinfacht gesagt, großes Durcheinander. Ein Durcheinander, das schwer in die Realität umzusetzen wäre. Das würde passieren, wenn etwas genau so mit der Erde zusammenstieße, dass es die Rotationstendenz der Erde ausgleicht und so weiter. Eine solche Kollision hätte derart viel Energie, da wäre das Anhalten der Erddrehung unser geringstes Problem. So schrecklich es sein mag, die Erdrotation anzuhalten, wenigstens bliebe dabei unser Planet dem Sonnensystem erhalten. Doch draußen im Weltraum lauern gefährliche Kräfte, die jegliche physikalische Spur der Erde auslöschen können. Wie etwa die ultradichten Überreste kollabierter Sterne, die man schwarze Löcher nennt. Das Gebiet der größten Gefahr bei einem schwarzen Loch ist sein Ereignishorizont. Ein Gravitationspunkt ohne Wiederkehr. Wenn etwas ihn überschreitet, gibt es keinen Weg wieder herauszukommen. Das schwarze Loch saugt die Raumzeit um sich herum ein, sodass Materie, die in dieser Raumzeit anwesend ist, auch mit eingesogen wird. Ein typisches schwarzes Loch wiegt etwa das Fünf- bis Zehnfache der Masse unserer Sonne. So etwas neben der Erde zu platzieren, würde den Planeten mit Sicherheit zerstören. Stellt sich noch die Frage, was wenn die Erde zwischen zwei schwarze Löcher platziert würde? Da hätte man doppelt so viel Spaß. Und das ist die Methode Nummer sechs, die Erde zu zerstören. Zwischen zwei schwarzen Löchern zerrissen. Eines der schwarzen Löcher würde die ihm zugewandte Seite der Erde stärker anziehen als ihren Mittelpunkt und langziehen. Es würde auch das Zentrum stärker anziehen als die abgewandte Seite. Das andere schwarze Loch würde das gleiche machen. Die schwarzen Löcher nehmen die Erdkruste in die Mangel. Sie heben tektonische Platten und verzerren die halbfeste Lithosphäre darunter. Geschmolzenes Magma löst apokalyptische Vulkanausbrüche aus und die schwarzen Löcher halten den Großteil der Asche und des Staubs davon ab, auf die Erde zurückzufallen. In den Meeren steigen riesige Fluten und ebben nicht mehr ab. Teile des Planeten stürzen in die schwarzen Löcher und Materie und Gase werden in tödliche Energie verwandelt. Das Zeug, das in die schwarzen Löcher stürzt, würde Röntgenstrahlen ausstoßen. Diese würden den Planeten treffen und jeden Menschen töten. Inzwischen ist die Erde bis zum Zerreißen gedehnt. Sie würden die Erde in die entgegengesetzte Richtung langziehen, wie diese Hinrichtungsart, bei der man die menschlichen Gliedmaßen an vier Pferde bindet und ihn auseinanderreißt. Wird der langgezogene Planet die schwarzen Löcher auf ewig verbinden? Oder wird er in zwei Hälften reißen? Auf der Liste der zehn Methoden, die Erde zu zerstören, bringt Nummer sechs den Planeten in schreckliche Nöte. Zwischen zwei schwarzen Löchern zerrissen. Ein Tauziehen mit der Erde als Seil, das der Belastung nicht standhalten kann. Man hätte einen Fall extremer Spagettifizierung. Die Erde würde in zwei Richtungen gezerrt. Und schließlich in Stücke gerissen. Und diese Stücke würden wieder in Stücke gerissen. Und so weiter. Und schließlich werden die letzten Spagettifäden der Erde gewaltsam in die Ereignishorizonte gesogen. Nur die beiden schwarzen Löcher bleiben zurück. Beruhigend zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, zwischen zwei schwarzen Löchern langgezogen zu werden, minimal bis nicht existent ist. Der Physiker und Science-Fiction-Autor Travis Taylor hat noch eine Idee, die schwarze Löcher beinhaltet. Ein schwarzes Loch im Inneren der Erde. Ich würde mir weit entfernt von einem Raumschiff aus anschauen, wie die Erde in sich selbst zusammenstürzt. Und das ist Methode Nummer fünf, die Erde zu zerstören. Von innen heraus verschlungen. Ein schwarzes Loch mit Sternenmasse würde die Sache schnell erledigen. Aber es gibt noch andere faszinierende Möglichkeiten. Nun, vielleicht ist das schwarze Loch so groß wie mein Ohrring. Ein schwarzes Loch von dieser Größe hätte die gleiche Masse wie die Erde selbst. Nehmen wir das Miniaturschwarze Loch und lassen es durch den Nordpol fallen. Nehmen wir an, dass Geschwindigkeit und Winkel genau passen und es schließlich im Mittelpunkt der Erde rotiert. Wir wüssten sofort, dass etwas nicht stimmt. Würde ein schwarzes Loch von der Masse der Erde im Erdmittelpunkt platziert, dann würden wir an der Erdoberfläche die doppelte Schwerkraft spüren. Urplötzlich würde ein Ball viel schneller fallen. Wir machen alle einen krummen Rücken. Während alle Lebewesen mit der Schwerkraft zu kämpfen haben, saugt das Minischwarze Loch Materie ein. Je mehr es verschlingt, desto näher kommt die Erde ihrem Untergang. Während es Material einsaugt, kollabiert das ganze Material darüber. Wir würden enorm gewaltige Erdbeben erleben, Verschiebungen in der Erdkruste. Aufgrund des schwarzen Lochs würden neue Vulkane entstehen, neue Orte, an denen das Magma austreten kann. Man könnte sich alle möglichen aufregenden Szenarios vorstellen. Nach Monaten zunehmender Kataklysmen braucht das Finale nicht mal eine Stunde. Die Erde beginnt in sich zusammen zu stürzen und wird vom schwarzen Loch verschlungen. Vielleicht wird das Himalaya-Gebirge der letzte Ort auf Erden sein, der überlebt. Doch irgendwann wird es auch durch den Ereignishorizont stürzen, um für immer zu verschwinden. Von einem Raumschiff aus beobachtet, sähe es vermutlich aus wie eine Eierschale, die irgendwie von innen heraus zusammengedrückt wird. Das schwarze Loch bliebe. Die Masse der Erde würde in ihm weiter existieren. Niemand hat je ein schwarzes Loch von der Masse der Erde entdeckt. Normale schwarze Löcher entstehen nur aus dem Supernova-Tod von Sternen, die mindestens zehnmal massereicher waren als unsere Sonne. Doch es kann sein, dass es da draußen im Universum schwarze Löcher mit einem Millionstel dieser Masse gibt. Einer Hypothese zufolge war nach dem Urknall so viel Masse so dicht zusammengepackt, dass Millionen von miniaturschwarzen Löchern sich auch ohne sterbende Sterne gebildet haben könnten. Die Existenz ist unbewiesen, aber sie könnten existieren und sie könnten die Erde verschlingen. Aber wir wollen lieber keins suchen, nur um das auszuprobieren. Aber könnten wir direkt hier auf der Erde ein mini-schwarzes Loch kreieren? Vielleicht mit einem Teilchenbeschleuniger wie dem LHC in Genf? Das fragte sich auch Justin L. aus Salt Lake City. Er schrieb uns, kann ein super Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch verursachen? Tolle Frage, Justin. Viele Physiker wüssten gerne, ob der Large Hadron Collider kleine schwarze Löcher erzeugen wird. Im Prinzip kann er das, wenn er eine Menge Material in ein hinreichend kleines Volumen komprimiert. Aber solche schwarzen Löcher würden schnell verschwinden und die Erde nicht verschlingen. Im Weltraum rührt die zerstörerische Kraft der schwarzen Löcher von ihrer unwiderstehlichen Gravitation. Doch ein Fehlen von Schwerkraft könnte für die Erde sogar noch gefährlicher sein. Das ist es, was den Astronomen Alex Filippenko fasziniert, dessen bahnbrechende Forschungen über dunkle Energie und die Beschleunigung des Universums seine Untergangsvision inspiriert haben. Meine bevorzugte Methode, die Erde zu zerstören, wäre eine Unterbrechung der Schwerkraft zu erzeugen. Und das ist Methode Nummer vier, die Erde zu zerstören. Leben ohne Schwerkraft. Alles, was wir tun, hängt von einem ausbalancierten Verhältnis mit der Schwerkraft ab. Doch was, wenn die Schwerkraft beschließen würde, das Verhältnis zu beenden? Ohne Schwerkraft gibt es ein ewiges Auf, aber kein Niedermeer. Flugzeuge werden niemals landen. Bäume sind im Boden verwurzelt, bis der Boden sich auflöst. Und das alles ist nur Vorgeplänkel für die wahre bevorstehende Katastrophe. Die Erde selbst würde beginnen, auseinanderzufallen. Stück für Stück. Das scheint unmöglich, doch könnte die Schwerkraft wirklich ausgeschaltet werden? Die Antwort lautet, möglicherweise. In der Zukunft könnte die Schwerkraft aufhören zu existieren. Von den zehn Methoden, die Erde zu zerstören, ist eine der unglaublichsten Nummer vier. Leben ohne Schwerkraft. Heute ist die Gravitation eine der vier physikalischen Grundkräfte. Neben Elektromagnetismus, starker und schwacher Wechselwirkung, die die Quelle der Radioaktivität ist. Doch zur Zeit des Urknalls gab es statt vier Grundkräften möglicherweise nur zwei. Als das Universum eine Sekunde alt war, war die starke Wechselwirkung mit der elektroschwachen Wechselwirkung vereint. Einer Verbindung von Elektromagnetismus und schwacher Wechselwirkung. Diese vereinte Superkraft hat möglicherweise eine Superenergie geschaffen, die eine fast augenblickliche Ausdehnung des Kosmos, das sogenannte inflationäre Universum, verursachte. Es wurde riesig innerhalb sehr kurzer Zeit. Doch in einem winzigsten Sekundenbruchteil nach dem Urknall hörte die Ausdehnung auf, als die Kräfte auseinanderbrachen. Die starke Wechselwirkung spaltete sich von der elektroschwachen ab und wurde zu zwei Manifestationen dieser zuvor vereinten Kraft. Wenn eine scheinbar vereinte Kraft sich in zwei teilen kann, kann das dann noch einmal geschehen mit der Schwerkraft? Diese erschreckende Möglichkeit lässt sich mit einer einfachen Münze darstellen. Ein Viertel Dollar hat zwei Seiten. Doch wenn man der Münze Energie zuführt, indem man sie dreht, scheinen die zwei Seiten zu verschmelzen. Man sieht weder Kopf noch Zahl klar. Die Münze landet entweder auf Kopf oder Zahl. Zwei verschiedene Ergebnisse, von denen keines aussieht wie der sich drehende Viertel Dollar. Auf dieselbe Weise könnte sich die jetzige symmetrische Gravitation eines Tages in zwei verschiedene Aspekte aufspalten. Jede dieser zwei neuen Kräfte würde sich auf eine Weise verhalten, die vom jetzigen Verhalten der Schwerkraft verschieden wäre. Alles, was von der Schwerkraft zusammengehalten wird, würde zerfallen. Der Untergang der Erde. Menschliche Körper würden intakt bleiben, da sie von elektromagnetischen Kräften zusammengehalten werden, nicht von der Schwerkraft. Doch jeder auf der Erde würde aufsteigen, um im Weltraum zu ersticken, während die Erde selbst nicht mehr von der Schwerkraft zusammengehalten auseinanderbrechen würde. Jupiter und die anderen Gasriesen würden sich auflösen. Die Sonne, deren Gravitation einst die Planeten herumwirbelte, würde zerbersten. Der Großteil der Sonne ist ohnehin nur ein großer, heißer Gasball, der von seiner eigenen Schwerkraft dort gehalten wird. Man würde also wahrscheinlich einen Stern erleben, der schnell vergeht. Die Sonne und die Galaxie würden nicht mehr zusammengehalten. Alles würde auseinander treiben. Die Erde bestünde nur noch aus Teilchen in einer kleinen Ecke eines Universums aus kosmischem Staub. Das wäre ein fantastisches Ende. Selbstverständlich gibt es noch eine Methode, die Erde zu zerstören. Sie sprengen. Einfach? Selbstverständlich nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit. Man kreiert eine verheerende Antimateriebombe. Das ist Methode Nummer drei, die Erde zu zerstören. Auslöschung durch Antimaterie. Und das ist die erste Wahl des Astrophysikers Clifford Johnson. Die Antimaterie-Idee hat einfach eine gewisse Ästhetik. Die schiere, schreckliche Schönheit einer wirklich dramatischen Explosion aus dem Inneren heraus. Antimaterie ist genau wie Materie, nur das Gegenteil. Und Materie und Antimaterie zerstören sich gegenseitig in einem letzten glorreichen Aufeinandertreffen. Im Prinzip ist es, Einsteins E ist gleich mc² in Aktion. Man kombiniere Materie und Antimaterie und es entsteht pure Energie. Lediglich ein Pfund Antimaterie, das ein Pfund Materie auslöscht, hätte 48 Megatonnen an Explosivkraft. So viel Gewalt wie eine thermonukleare Bombe. Doch um die Erde zu zerstören, bräuchte man um einiges mehr. Nach einigen Schätzungen würde man mindestens 100 Billionen Tonnen Antimaterie benötigen. Wenn man also die Größe dieses Stadions nimmt, müssten wir Millionen Stadien mit Antimaterie füllen, bevor sie mit der Materie auf der Erde interagieren kann, um sie in Stücke zu reiten. Doch wenn man das wirklich probieren wollte, gäbe es in nur 150 Millionen Kilometern Entfernung eine Antimaterie-Fabrik. Wenn sich im nuklearen Brennofen der Sonne genug magnetische Energie anstaut, wird sie in einer explosiven Sonneneruption freigesetzt. Ein großer Ausbruch kann bis zu zwei Pfund Antimaterie erzeugen. Der Kontakt mit Materie zerstört die Antimaterie fast augenblicklich. Doch es gibt Wege, sie zu konservieren. Man kann sie schwebend halten, ohne sie zu berühren, indem man diverse Arten von elektrischen und magnetischen Feldern nutzt. Alles, was man also tun muss, ist die Antimaterie von rund 100 Billiarden Sonnenausbrüchen zu sammeln und aufzubewahren. Wenn man dann seine Antimaterie zusammen hat, muss man sie einfach nur zur Erde transportieren und das elektromagnetische Feld ausschalten, sodass sie mit normaler Materie in Kontakt kommen kann. Man müsste sie an den Erdmittelpunkt bringen und dann ihr Werk verrichten lassen. Sie wird nach außen explodieren und einfach alles in Fetzen reißen. Doch während eine Antimaterie-Explosion augenblicklich wäre, würde es Dutzende Milliarden von Jahren brauchen, all diese Antimaterie zu sammeln. Wir haben jährlich nur eine gewisse Anzahl von Sonnenausbrüchen. Es würde viele Jahre brauchen, genug Antimaterie einzufangen, um eine Bombe von ansehnlicher Größe zu schaffen. Physiker wissen, dass Antimaterie nicht der einzige Typ von Teilchen ist, die den Planeten vernichten könnte. Methode Nummer zwei, die Erde zu zerstören, ist ein Fall von Zerstörung durch Transformation. Von seltsamer Materie verwandelt. Das ist eine große Bedrohung, die auf kleiner Ebene beginnt. Kleiner als Protonen und Neutronen in der bizarren Welt der Quarks. Teilchen mit Namen wie Up, Down und Strange. Man soll sich nicht von der Semantik, was ein Quark ist, ablenken lassen. Man könnte sagen, dass es ein subsubatomares Teilchen ist. Ein Ding, aus dem andere Dinge bestehen. Einige Physiker vertreten die Theorie, dass eine gleiche Anzahl von Up, Down und Strange Quarks zusammen ein Strange-Led ergeben. Ein Teilchen von etwas, was man seltsame Materie nennt. Was sie so seltsam macht, ist, dass sie die physikalische Natur von allem, was sie berührt, verändern könnte. So wie Eis, das Wasser um sich herum kühlt. Nur um vieles extremer. Sie verwandeln andere Dinge in seltsame Dinge. Sie mögen es, wenn alles seltsam ist. Stellen Sie sich vor, dass alles auf der Erde und die Erde selbst sich in inorganischen Brei verwandelt. Alles wegen eines subatomaren Strange-Leds. Zum Glück gibt es auf der Erde keine Strange-Leds. Doch im Inneren der kollabierten Sonnen, die man Neutronensterne nennt, könnte es möglich sein, dass die enorme Gravitation Up, Down und Strange Quarks zu seltsamer Materie zusammenpresst. Wir sind der Antwort schon ganz nahe. Wenn man also einen mikroskopischen Klumpen seltsamer Materie in einem Neutronenstern fände, ihn zurück zur Erde brächte und auf die Spitze des Empire State Building fallen ließe, Was würde dann geschehen? A. Nichts? Oder B? Die Strange Quarks könnten den Zustand der Materie auf der Erde verändern. Eine Kettenreaktion hat begonnen. Die Strange-Leds reagieren mit gewöhnlicher Materie. Die Erde verwandelt sich. Doch in was? Auf der Liste mit zehn Methoden, die Erde zu zerstören, ist Nummer zwei die vielleicht seltsamste von allen. Von seltsamer Materie verwandelt. Wenn man den gesamten Planeten in einen großen Haufen Strange Quarks konvertieren wollte, müsste man nur ein paar Strange Quarks hier und dort platzieren. Und dann würde die Erde anfangen, sich selbst noch seltsamer zu machen. Seltsame Materie. Ein Klumpen von Strange-Leds genanntem Quark-Material wurde auf die Erde losgelassen. Und es ereignet sich Erstaunliches. Was immer sie als erstes berührt, verwandelt sich in seltsame Materie. Man wird zu einer seltsamen Version seiner selbst. Sogar im Atomkern gibt es eine wohldefinierte Struktur. Wir können Protonen, Neutronen und so weiter unterscheiden. Doch wenn man diese Struktur verliert, dann würde die Materie die uns bekannte Form aufgeben. Die charakteristischen Umlaufbahnen und die Anzahl von Teilchen, die die einzelnen Elemente ausmachen, bilden nun eine undifferenzierte Masse. Alles wird zur selben seltsamen Materie, von Atomkernen zu Monumenten und Bergen. Und alles, was lebt, stirbt. Wenn sie einmal beginnt, verliefe diese Transformation ziemlich schnell. Es wäre, als würde man etwas in einen großen Materieklumpen auflösen. Es würde sich einfach in diese Quarksuppe verwandeln. Es könnte passieren, dass man die gesamte Erde in seltsame Materie verwandelt. Primordiale schwarze Löcher. Das Ende der Schwerkraft. Antimaterie und seltsame Materie. Hat die theoretische Physik eine noch bizarrere Methode zu bieten, um die Erde zu zerstören? Ja. Die Astrophysikerin Ferial Ozel ist nicht nur bereit, die Erde auszulöschen, sondern dazu gleich noch die gesamte Realität. Meine Lieblingsmethode, die Erde zu zerstören, müsste wohl eine Art gigantischer Phasenübergang im Universum sein. Das würde uns in einen anderen Zustand überführen. Das ist Methode Nummer eins, die Erde zu zerstören. Wenn Parallelwelten sich begegnen. Sie beginnt mit einem weiteren Science-Fiction-Klischee, das viele Physiker inzwischen ernst nehmen. Der Existenz von anderen Universen. Es könnte Erden in anderen Universen geben. Stellen Sie sich unser Universum als ein zweidimensionales Blatt vor. Sich in dem Blatt so bewegen ist, als ob man sich in unseren drei Raumdimensionen bewegt. Aber dann kann man sich noch in diese andere Richtung bewegen, quasi vom Blatt runter. Und dort gibt es ein weiteres Blatt, und das wäre ein anderes Universum. Vielleicht wäre es genau wie unser Universum oder geringfügig anders. Aber es ist sehr wichtig, dass diese beiden Dinge nicht miteinander kollidieren dürfen. Dieses Blatt Papier ist unser Universum, und dieses Blatt ein nahegelegenes Universum. Wenn diese beiden Blätter zusammenstoßen würden, könnte man diese Energie hören. Man stelle sich vor, wenn zwei Blatt Papier von der Größe des Universums zusammenstoßen, wie viel Energie freigesetzt würde. Wenn wir irgendwie mit einem Paralleluniversum in Kontakt kämen, könnte dies das Ende bedeuten. Das würde nicht nur Planeten, Sonnensysteme, Galaxien und Galaxienhaufen zerstören, sondern alles. Das Ende des jetzigen Universums. Doch wäre möglicherweise das Ende von allem auch ein Anfang. Wenn ein Urknall unser Universum erschuf, dann könnte ein weiterer Urknall die ganze Sache von vorne beginnen lassen. Das könnte ein neues Universum erschaffen. Und vielleicht ist dieses Unglaublichste aller Untergangsszenarien das Wahrscheinlichste. Möglicherweise kam unser Urknall von der Kollision zweier Universen. Vielleicht geschieht es nochmal. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte es nach etwa 10 Milliarden Jahren eine neue Erde in einem anderen Universum geben. Wir haben erlebt, wie die Erde zerstört wurde von heftigen Einschlägen, bitterer Kälte und versengender Hitze. Sie wurde in ihrer Rotation angehalten, von seltsamer Materie transformiert, spaghettifiziert und von schwarzen Löchern verschluckt. Aufgelöst und in Stücke gesprengt. Zumindest in der Theorie. In der Realität ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Welt noch Milliarden von Jahren weiter dreht. Doch es gibt so viel im Universum, dass wir weder wissen, noch vorhersagen können. Eine ganz neue Erde in einem ganz neuen Universum mit anderen physikalischen Gesetzen. Also zehn neue Methoden, die Erde zu zerstören. Am Anfang war die Dunkelheit. Und dann ein Knall. Er gebar die sich endlos ausdehnende Existenz von Zeit, Raum und Materie. Tag für Tag lüften neue Entdeckungen die mysteriösen und unfassbaren Geheimnisse unseres Universums. Die Zerstörung des Planeten Erde, unzählige Prophezeiungen und Science-Fiction-Geschichten haben sich von dieser Vorstellung inspirieren lassen. Viele aufregende Szenarios. Sofortige Verdampfung, extreme Spagetifizierung, Tod durch Antimaterie. In dieser Sendung zeigen führende Experten auf den Gebieten der Astronomie und Astrophysik, wie man die Erde zerstören könnte. Gebäude würden schmelzen. Aus fester Materie wird Plasma. Alles würde sich auflösen. Auf explosive Weise werden wir die Physik unseres Planeten und des Universums offenlegen. Machen Sie sich bereit für zehn Visionen terrestrischer Terminierung. Zehn Methoden, die Erde zu zerstören. Nicht nachmachen. Überleben. Das ist ein Spiel, das unser Planet jeden Tag gegen ein aggressives Universum spielt. Seit viereinhalb Milliarden Jahren besteht die Erde nun schon. Doch das Spiel dauert an. Nichts konnte uns bis jetzt umbringen. Einige Bedrohungen, wie hyperintensive Gammastrahlen. Gigantisch, aber verglichen mit der tatsächlichen Größe der Erde ist es wie ein Ameisenhügel. Wir brauchen etwas, das mindestens halb so groß ist wie die Erde. Ein Zehntel so massiv und das sich mit 50 Kilometern pro Sekunde auf uns zubewegt. Nehmen wir den Mars. Man könnte den Mars-Orbit verändern und den Planeten Richtung Erde schleudern. Während sie sich annähern, würde ihre eigene Schwerkraft sie gegenseitig anziehen. Während der rote Planet unseren Himmel füllt, löschen enorme Tsunamis Inseln und Küstenstädte aus. Doch es kommt noch schlimmer. Wenn man auf der Seite lebt, auf der der Mars einschlägt, sofortige Verdampfung. Jene Seite, die nicht direkt getroffen wird, wird von gigantischen kontinentalen Erdbeben heimgesucht. Die Hitze von dem Einschlag verwandelt alle Wälder in ein Inferno. Die schmolzene Berge von Erd- und Marsgestein, die ins All geschleudert wurden, regnen in einem apokalyptischen Schauer der Zerstörung auf die Erde. Eine Stunde nach dem Einschlag ist alles, was auf der Erdoberfläche lebte, tot. Doch die Erde ist so groß, dass selbst ein direkter Treffer durch den Mars den Planeten zwar beschädigt, aber im Grunde intakt zurückließe. Um die Erde wirklich zu zerstören, müsste uns etwas Größeres treffen. Wie unser Schwesterplanet, die Venus. Die Venus hat einen erdähnlichen Durchmesser und über 80 Prozent ihrer Masse. Wenn also die Venus die Erde trifft, war es das. Weit entfernter Galaxien verfehlen uns komplett. Andere Gefahren dringen gar nicht erst durch unsere unsichtbaren Schutzschilde. Das Magnetfeld der Erde hält gefährliche geladene Teilchen ab. Die Ozonschicht filtert UV-Strahlung. Auch wenn es der Kosmos noch nicht geschafft hat, die Erde zu zerstören. Einige Wissenschaftler hätten da ihre Ideen. Etwa Dr. Bruce Betts, ein Experte für Asteroiden und anderen Weltraumschutz. Wie ich in meinen wahnsinnigeren Momenten die Erde zerstören würde? Ich würde meinen Wurzeln treu bleiben und ein ordentlich großes Objekt gegen die Erde rammen. Und so beginnt unser Countdown der Katastrophen mit Nummer 10. Treffer aus dem All. Kollisionen sind die Monster Truck Rallys der Weltuntergangsszenarien. Doch Betts weiß, dass es nicht so einfach ist, die Erde durch einen Einschlag zu zerstören. Schlimme Einschläge verursachen Verwüstungen. Aber sie sind kaum in der Lage, die gesamte Erde zu zerstören, obwohl sie vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier und 70 Prozent der Spezies auf der Erde auslöschten. Denn der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, hatte nicht genug Masse, um den Planeten vollständig zu zerstören. Der Asteroid war etwas größer als der Mount Everest, was eindrucksvoll klingt, aber nicht aus 300 Kilometern Entfernung. Wenn wir einen maßstabsgetreuen Globus hätten, könnte man das Gebirge mit den Fingerspitzen nicht fühlen. Es wirkt gegenüber einem Zeitraum von 4 Milliarden Jahren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Stellen Sie sich vor, in diesem Stadion befände sich eine einzige Fliege. Wenn ich mit meiner Hand einfach nur so machen würde, wie hoch wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei diese Fliege fange? Man würde nicht sagen Null, weil es nicht ausgeschlossen ist, aber extrem gering. Der Zusammenstoß mit einem Planeten ist nur eine Methode, die Erde zu zerstören. Wenn man nun aber einen längeren, langsameren, schmerzhafteren Prozess wünscht, dann könnte man etwa die Erdumlaufbahn so verändern, dass sie sich immer weiter von der Sonne entfernt. Willkommen zu Methode Nummer 9, die Erde zu zerstören. Die große Kälte. Unter normalen Umständen führt uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit 5 Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Die meisten Nutzpflanzen würden verenden. Die gesamte Nahrungskette bräche zusammen, wenn sich die Erde von der Sonne wegbewegen würde. Und wenn man es auf die Spitze treibt und bis zum Orbit des Neptuns ginge, dann würde ein Großteil unserer Atmosphäre anfangen zu gefrieren. An einem schönen Tag herrschen Minus... Beide Welten zerbersten. Riesige Fragmente schießen ins All. Der planetarische Schutt, der zurückstürzt, wird sich zu einem Erde-Venus-Konglomerat vereinigen, das größer ist als die ursprünglichen Planeten und so tot wie der Mond. Keine Frage, eine gute Methode, um die Erde zu zerstören. Aber wie wahrscheinlich ist sie? Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat uns etwas von der Größe des Mars getroffen. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Merkur, der Sonne am nächsten, hat eine ziemlich elliptische Umlaufbahn. Er ist diversen Gravitationsstörungen durch die anderen Planeten ausgesetzt. Solche Veränderungen können indirekt auch die Umlaufbahnen anderer Planeten beeinflussen. Insbesondere der Mars könnte eine Bahn annehmen, die sich eines Tages mit der Erdumlaufbahn schneidet. Die Wahrscheinlichkeit einer realen Mars-Erde-Kollision beträgt ein Prozent seltsamen Materie von Atomkernen zu Monumenten und Bergen. Und alles, was lebt, stirbt. Wenn sie einmal beginnt, verliefe diese Transformation ziemlich schnell. Es wäre, als würde man etwas in einen großen Materieklumpen auflösen. Es würde sich einfach in diese Quarkssuppe verwandeln. Es könnte passieren, dass man die gesamte Erde in seltsame Materie verwandelt. Primordiale schwarze Löcher. Das Ende der Schwerkraft. Antimaterie und seltsame Materie. Hat die theoretische Physik eine noch bizarrere Methode zu bieten, um die Erde zu zerstören? Ja. Die Astrophysikerin Ferial Ozel ist nicht nur bereit, die Erde auszulöschen, sondern dazu gleich noch die gesamte Realität. Meine Lieblingsmethode, die Erde zu zerstören, müsste wohl eine Art gigantischer Phasenübergang im Universum sein. Das würde uns in einen anderen Zustand überführen. Das ist Methode Nummer eins, die Erde zu zerstören. Wenn Parallelwelten sich begegnen. Sie beginnt mit einem weiteren Science-Fiction-Klischee, das viele Physiker inzwischen ernst nehmen. Der Existenz von anderen Universen. Es könnte Erden in anderen Universen geben. Stellen Sie sich unser Universum als ein zweidimensionales Blatt vor. Sich in dem Blatt zu bewegen ist, als ob man sich in unseren drei Raumdimensionen bewegt. Aber dann kann man sich noch in diese andere Richtung bewegen, quasi vom Blatt runter. Und dort gibt es ein weiteres Blatt, und das wäre ein anderes Universum. Vielleicht wäre es genau wie unser Universum oder geringfügig anders. Aber es ist sehr wichtig, dass diese beiden Dinge nicht miteinander kollidieren dürfen. Dieses Blatt Papier ist unser Universum, und dieses Blatt ein nahegelegenes Universum. Wenn diese beiden Blätter zusammenstoßen würden, könnte man diese Energie hören. Man stelle sich vor, wenn zwei Blatt Papier von der Größe des Universums zusammenstoßen, wie viel Energie freigesetzt würde. Wenn wir irgendwie mit einem Paralleluniversum in Kontakt kämen, könnte dies das Ende bedeuten. Das würde nicht nur Planeten, Sonnensysteme, Galaxien und Galaxienhaufen zerstören, sondern alles. Das Ende des jetzigen Universums. Doch wäre möglicherweise das Ende von allem auch ein Anfang. Ich würde meinen Wurzeln treu bleiben und ein ordentlich großes Objekt gegen die Erde rammeln. Und so beginnt unser Countdown der Katastrophen mit Nummer 10. Treffer aus dem All. Kollisionen sind die Monster Truck Rallys der Weltuntergangsszenarien. Doch Bats weiß, dass es nicht so einfach ist, die Erde durch einen Einschlag zu zerstören. Schlimme Einschläge verursachen Verwüstungen. Aber sie sind kaum in der Lage, die gesamte Erde zu zerstören, obwohl sie vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier und 70 Prozent der Spezies auf der Erde auslöschten. Denn der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, hatte nicht genug Masse, um den Planeten vollständig zu zerstören. Der Asteroid war etwas größer als der Mount Everest. Was eindrucksvoll klingt, aber nicht aus 300 Kilometern Entfernung. Wenn wir einen maßstabsgetreuen Globus hätten, könnte man das Gebirge mit den Fingerspitzen nicht fühlen. Es wirkt gegenüber einem Zeitraum von 4 Milliarden Jahren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Stellen Sie sich vor, in diesem Stadion befände sich eine einzige Fliege. Wenn ich mit meiner Hand einfach nur so machen würde, wie hoch wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei diese Fliege fange? Man würde nicht sagen null, weil es nicht ausgeschlossen ist, aber extrem gering. Der Zusammenstoß mit einem Planeten ist nur eine Methode, die Erde zu zerstören. Wenn man nun aber einen längeren, langsameren, schmerzhafteren Prozess wünscht, dann könnte man etwa die Erdumlaufbahn so verändern, dass sie sich immer weiter von der Sonne entfernt. Willkommen zu Methode Nummer 9, die Erde zu zerstören. Die große Kälte. Unter normalen Umständen führt uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit 5 Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Die meisten Nutzpflanzen würden verenden. Die gesamte Nahrungskette brächt jetzt. Wenn man die Erde anhalten würde, aber nicht die Objekte, die auf der Erde herumstehen, würden diese sich weiter bewegen. Man würde mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand geschleudert werden. Die Erde bewegt sich mit etwa 1600 kmh. Und wenn sie plötzlich stoppt, würde die Atmosphäre nicht mit ihr anhalten. Man hätte augenblicklich überall auf dem Planeten einen 1600 kmh starken Wind. Exakt zur selben Zeit würden gewaltige Mengen aufgestauter rotationaler Reibung als ungeheure Hitze freigesetzt. Gestein und Gebäude würden schmelzen. Bald wäre die Erde eine tote Welt, die die Sonne umkreist. Unser Tag-Nacht-Zyklus würde von der Zeit diktiert, die die Erde für einen Umlauf um die Sonne braucht. Ein Tag wäre ein halbes Jahr lang. Und eine Nacht wäre ein halbes Jahr lang. Eine Seite wäre sechs Monate am Stück der Hitze der Sonne ausgesetzt. Während die dunkle Seite Wärme verlieren würde, es gäbe nur zwei Jahreszeiten. Schlimm. Und schlimmer. Diese Differenz zwischen der heißen und der kalten Seite würde gewaltige Windjets erzeugen, die von einer Seite zur anderen fließen. Gewaltige Konvektionsströmungen. Von Pol zu Pol wäre das Schattengebiet zwischen heller und dunkler Seite mit gewaltigen Zyklonen gefüllt. Während die Erde sich um die Sonne bewegt, würden die zwei 20.000 Kilometer Bänder von Extremwetter um den Globus peitschen. Alle sechs Monate hätte jeder Punkt auf Erden eine Zyklonsaison. Vereinfacht gesagt, großes Durcheinander. Ein Durcheinander, das schwer in die Realität umzusetzen wäre. Das würde passieren, wenn etwas genau so mit der Erde zusammenstieße, dass es die Rotationstendenz der Erde ausgleicht und so weiter. Eine solche Kollision hätte derart viel Energie, da wäre das Anhalten der Erddrehung unser geringstes Problem. So schrecklich es sein mag, die Erdrotation anzuhalten, wenigstens bliebe dabei unser Planet dem Sonnensystem erhalten. Doch draußen im Weltraum lauern gefährliche Kräfte, die jegliche physikalische Spur der Erde auslöschen können. Wie etwa die ultradichten Überreste kollabierter Sterne, die man schwarze Löcher nennt. Das Gebiet der größten Gefahr bei einem schwarzen Loch ist sein Ereignishorizont. Ein Gravitationspunkt ohne Wiederkehr. Wenn etwas ihn überschreitet, gibt es keinen Weg, wieder herauszukommen. Das schwarze Loch saugt die Raumzeit um sich herum ein, sodass Materie, die in dieser Raumzeit anwesend ist, auch mit eingesogen wird. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Merkur, der Sonne am nächsten, hat eine ziemlich elliptische Umlaufbahn. Er ist diversen Gravitationsstörungen durch die anderen Planeten ausgesetzt. Solche Veränderungen können indirekt auch die Umlaufbahnen anderer Planeten beeinflussen. Insbesondere der Mars könnte eine Bahn annehmen, die sich eines Tages mit der Erdumlaufbahn schneidet. Die Wahrscheinlichkeit einer realen Mars-Erde-Kollision beträgt 1% über einen Zeitraum von 4 Milliarden Jahren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Stellen Sie sich vor, in diesem Stadion befände sich eine einzige Fliege. Wenn ich mit meiner Hand einfach nur so machen würde, wie hoch wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei diese Fliege fange? Man würde nicht sagen null, weil es nicht ausgeschlossen ist, aber extrem gering. Der Zusammenstoß mit einem Planeten ist nur eine Methode, die Erde zu zerstören. Wenn man nun aber einen längeren, langsameren, schmerzhafteren Prozess wünscht, dann könnte man etwa die Erdumlaufbahn so verändern, dass sie sich immer weiter von der Sonne entfernt. Willkommen zu Methode Nummer 9, die Erde zu zerstören. Die große Kälte. Unter normalen Umständen führt uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit 5 Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Dann würde ihre eigene Schwerkraft sie gegenseitig anziehen. Während der rote Planet unseren Himmel füllt, löschen enorme Tsunamis, Inseln und Küstenstädte aus. Doch es kommt noch schlimmer. Wenn man auf der Seite lebt, auf der der Mars einschlägt, sofortige Verdampfung. Jene Seite, die nicht direkt getroffen wird, wird von gigantischen kontinentalen Erdbeben heimgesucht. Die Hitze von dem Einschlag verwandelt alle Wälder in ein Inferno. Geschmolzene Berge von Erd- und Marsgestein, die ins All geschleudert wurden, regnen in einem apokalyptischen Schauer der Zerstörung auf die Erde. Eine Stunde nach dem Einschlag ist alles, was auf der Erdoberfläche lebte, tot. Doch die Erde ist so groß, dass selbst ein direkter Treffer durch den Mars den Planeten zwar beschädigt, aber im Grunde intakt zurückließe. Um die Erde wirklich zu zerstören, müsste uns etwas Größeres treffen. Wie unser Schwesterplanet, die Venus. Die Venus hat einen erdähnlichen Durchmesser und über 80 Prozent ihrer Masse. Wenn also die Venus die Erde trifft, war es das. Beide Welten zerbersten. Riesige Fragmente schießen ins All. Der planetarische Schutt, der zurückstürzt, wird sich zu einem Erde-Venus-Konglomerat vereinigen, das größer ist als die ursprünglichen Planeten und so tot wie der Mond. Keine Frage. Eine gute Methode, um die Erde zu zerstören. Aber wie wahrscheinlich ist sie? Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat uns etwas von der Größe des Mars getroffen. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Nicht mal eine Stunde. Die Erde beginnt in sich zusammen zu stürzen und wird vom schwarzen Loch verschlungen. Vielleicht wird das Himalaya-Gebirge der letzte Ort auf Erden sein, der überlebt. Doch irgendwann wird es auch durch den Ereignishorizont stürzen, um für immer zu verschwinden. Von einem Raumschiff aus beobachtet, sähe es vermutlich aus wie eine Eierschale, die irgendwie von innen heraus zusammengedrückt wird und auf der Stelle in sich selbst zusammenbricht. Das schwarze Loch bliebe. Die Masse der Erde würde in ihm weiter existieren. Niemand hat je ein schwarzes Loch von der Masse der Erde entdeckt. Normale schwarze Löcher entstehen nur aus dem Supernova-Tod von Sternen, die mindestens zehnmal massereicher waren als unsere Sonne. Doch es kann sein, dass es da draußen im Universum schwarze Löcher mit einem Millionstel dieser Masse gibt. Einer Hypothese zufolge war nach dem Urknall so viel Masse so dicht zusammengepackt, dass Millionen von miniaturschwarzen Löchern sich auch ohne sterbende Sterne gebildet haben könnten. Die Existenz ist unbewiesen, aber sie könnten existieren und sie könnten die Erde verschlingen. Aber wir wollen lieber keins suchen, nur um das auszuprobieren. Aber könnten wir direkt hier auf der Erde ein mini-schwarzes Loch kreieren? Vielleicht mit einem Teilchenbeschleuniger wie dem LHC in Genf? Das fragte sich auch Justin L. aus Salt Lake City. Er schrieb uns, kann ein super Teilchenbeschleuniger ein schwarzes Loch verursachen? Tolle Frage, Justin. Viele Physiker wüssten gerne, ob der Large Hadron Collider kleine schwarze Löcher erzeugen wird. Im Prinzip kann er das, wenn er eine Menge Material in ein hinreichend kleines Volumen komprimiert. Aber solche schwarzen Löcher würden schnell verschwinden und die Erde nicht verschlingen. Im Weltraum rührt die zerstörerische Kraft der schwarzen Löcher von ihrer unwiderstehlichen Gravitation. Doch ein Fehlen von Schwerkraft könnte für die Erde sogar noch gefährlicher sein. Das ist es, was den Astronomen Alex Filippenko fasziniert, dessen bahnbrechende Forschungen über dunkle Energie und die Beschleunigung des Universums seine Untergangsvision inspiriert haben. Meine bevorzugte Methode, die Erde zu zerstören, wäre eine Unterbrechung der Schwerkraft zu erzeugen. Und das ist Methode Nummer 4, die Erde zu zerstören. Leben ohne Schwerkraft. Alles, was wir tun, ist eine der unglaublichsten Nummer 4. Leben ohne Schwerkraft. Heute ist die Gravitation eine der vier physikalischen Grundkräfte. Neben Elektromagnetismus, starker und schwacher Wechselwirkung, die die Quelle der Radioaktivität ist. Doch zur Zeit des Urknalls gab es statt vier Grundkräften möglicherweise nur zwei. Als das Universum eine Sekunde alt war, war die starke Wechselwirkung mit der elektro-schwachen Wechselwirkung vereint. Einer Verbindung von Elektromagnetismus und schwacher Wechselwirkung. Diese vereinte Superkraft hat möglicherweise eine Superenergie geschaffen, die eine fast augenblickliche Ausdehnung des Kosmos, das sogenannte inflationäre Universum, verursachte. Es wurde riesig innerhalb sehr kurzer Zeit. Doch in einem winzigsten Sekundenbruchteil nach dem Urknall hörte die Ausdehnung auf, als die Kräfte auseinanderbrachen. Die starke Wechselwirkung spaltete sich von der elektro-schwachen ab und wurde zu zwei Manifestationen dieser zuvor vereinten Kraft. Wenn eine scheinbar vereinte Kraft sich in zwei teilen kann, kann das dann noch einmal geschehen mit der Schwerkraft? Diese erschreckende Möglichkeit lässt sich mit einer einfachen Münze darstellen. Ein Viertel Dollar hat zwei Seiten. Doch wenn man der Münze Energie zuführt, indem man sie dreht, scheinen die zwei Seiten zu verschmelzen. Man sieht weder Kopf noch Zahl klar. Die Münze landet entweder auf Kopf oder Zahl. Zwei verschiedene Ergebnisse, von denen keines aussieht wie der sich drehende Viertel Dollar. Auf dieselbe Weise könnte sich die jetzige symmetrische Gravitation eines Tages in zwei verschiedene Aspekte aufspalten. Jede dieser zwei neuen Kräfte würde sich auf eine Weise verhalten, die vom jetzigen Verhalten der Schwerkraft verschieden wäre. Alles, was von der Schwerkraft zusammengehalten wird, würde zerfallen. Der Untergang der Erde. Menschliche Körper würden intakt bleiben, da sie von elektromagnetischen Kräften zusammengehalten werden, nicht von der Schwerkraft. Doch jeder auf der Erde würde aufsteigen, um im Weltraum zu ersticken, während die Erde selbst, nicht mehr von der Schwerkraft zusammengehalten, auseinanderbrechen würde. Jupiter und die anderen Gasriesen würden sich auflösen. Die Sonne, deren Gravitation einst die Planeten... Dampfung. Extreme Spagetifizierung. Tod durch Antimaterie. In dieser Sendung zeigen führende Experten auf den Gebieten der Astronomie und Astrophysik, wie man die Erde zerstören könnte. Gebäude würden schmelzen. Aus fester Materie wird Plasma. Alles würde sich auflösen. Auf explosive Weise werden wir die Physik unseres Planeten und des Universums offenlegen. Machen Sie sich bereit für zehn Visionen terrestrischer Terminierung. Zehn Methoden, die Erde zu zerstören. Nicht nachmachen. Überleben. Das ist ein Spiel, das unser Planet jeden Tag gegen ein aggressives Universum spielt. Seit viereinhalb Milliarden Jahren besteht die Erde nun schon. Doch das Spiel dauert an. Nichts konnte uns bis jetzt umbringen. Einige Bedrohungen, wie hyperintensive Gammastrahlen... Gigantisch, aber verglichen mit der tatsächlichen Größe der Erde ist es wie ein Ameisenhügel. Wir brauchen etwas, das mindestens halb so groß ist wie die Erde. Ein Zehntel so massiv und das sich mit 50 Kilometern pro Sekunde auf uns zubewegt. Nehmen wir den Mars. Man könnte den Mars-Orbit verändern und den Planeten Richtung Erde schleudern. Während sie sich annähern, würde ihre eigene Schwerkraft sie gegenseitig anziehen. Während der rote Planet unseren Himmel füllt, löschen enorme Tsunamis, Inseln und Küstenstädte aus. Doch es kommt noch schlimmer. Wenn man auf der Seite lebt, auf der der Mars einschlägt, sofortige Verdampfung. Jene Seite, die nicht direkt getroffen wird, wird von gigantischen kontinentalen Erdbeben heimgesucht. Die Hitze von dem Einschlag verwandelt alle Wälder in ein Inferno. Geschmolzene Berge von Erd- und Marsgestein, die ins All geschleudert wurden, regnen in einem apokalyptischen Schauer der Zerstörung auf die Erde. Eine Stunde nach dem Einschlag ist alles, was auf der Erdoberfläche lebte, tot. Doch die Erde ist so groß, dass selbst ein direkter Treffer durch den Mars den Planeten zwar beschädigt, aber im Grunde intakt zurückließe. Es wird uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit 5 Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Die meisten Nutzpflanzen würden verenden. Die gesamte Nahrungskette bräche zusammen, wenn sich die Erde von der Sonne wegbewegen würde. Und wenn man es auf die Spitze treibt und bis zum Orbit des Neptuns ginge, dann würde ein Großteil unserer Atmosphäre anfangen zu gefrieren. An einem schönen Tag herrschen Minus... Beide Welten zerbersten. Riesige Fragmente schießen ins All. Der planetarische Schutt, der zurückstürzt, wird sich zu einem Erde-Venus-Konglomerat vereinigen, das größer ist als die ursprünglichen Planeten und so tot wie der Mond. Keine Frage, eine gute Methode, um die Erde zu zerstören. Aber wie wahrscheinlich ist sie? Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat uns etwas von der Größe des Mars getroffen. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Merkur, der Sonne am nächsten, hat eine ziemlich elliptische Umlaufbahn. Er ist diversen Gravitationsstörungen durch die anderen Planeten ausgesetzt. Solche Veränderungen können indirekt auch die Umlaufbahnen anderer Planeten beeinflussen. Insbesondere der Mars könnte eine Bahn annehmen, die sich eines Tages mit der Erdumlaufbahn schneidet. Die Wahrscheinlichkeit einer realen Mann mal geschehen, mit der Schwerkraft? Diese erschreckende Möglichkeit lässt sich mit einer einfachen Münze darstellen. Ein Viertel Dollar hat zwei Seiten. Doch wenn man der Münze Energie zuführt, indem man sie dreht, scheinen die zwei Seiten zu verschmelzen. Man sieht weder Kopf noch Zahl klar. Die Münze landet entweder auf Kopf oder Zahl. Zwei verschiedene Ergebnisse, von denen keines aussieht wie der sich drehende Viertel Dollar. Auf dieselbe Weise könnte sich die jetzige symmetrische Gravitation eines Tages in zwei verschiedene Aspekte aufspalten. Jede dieser zwei neuen Kräfte würde sich auf eine Weise verhalten, die vom jetzigen Verhalten der Schwerkraft verschieden wäre. Alles, was von der Schwerkraft zusammengehalten wird, würde zerfallen. Der Untergang der Erde. Menschliche Körper würden intakt bleiben, da sie von elektromagnetischen Kräften zusammengehalten werden, nicht von der Schwerkraft. Doch jeder auf der Erde würde aufsteigen, um im Weltraum zu ersticken, während die Erde selbst, nicht mehr von der Schwerkraft zusammengehalten, auseinanderbrechen würde. Jupiter und die anderen Gasriesen würden sich auflösen. Die Sonne, deren Gravitation einst die Planeten herumwirbelte, würde zerbersten. Der Großteil der Sonne ist ohnehin nur ein großer, heißer Gasball, der von seiner eigenen Schwerkraft dort gehalten wird. Man würde also wahrscheinlich einen Stern erleben, der schnell vergeht. Die Sonne und die Galaxie würden nicht mehr zusammengehalten. Alles würde auseinander treiben. Die Erde bestünde nur noch aus Teilchen in einer kleinen Ecke eines Universums aus kosmischem Staub. Das wäre ein fantastisches Ende. Selbstverständlich gibt es noch eine Methode, die Erde zu zerstören. Sie sprengen. Einfach? Selbstverständlich nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit. Man kreiert eine verheerende Antimateriebombe. Das ist Methode Nummer drei, die Erde zu zerstören. Auslöschung durch Antimaterie. Und das ist die erste Wahl des Astrophysikers Clifford Johnson. Die Antimaterie-Idee hat einfach eine gewisse Ästhetik. Die schiere, schreckliche Schönheit einer wirklich dramatischen Explosion aus dem Inneren heraus. Antimaterie ist genau wie Materie. Nur das Gegenteil. Als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Wie ein Ball, der in den Sand trifft und einige Partikel hochschleudert. Das Objekt hat einen Teil der Erdkruste weggerissen und eine Scheibe von Trümmern um die Erde gebildet. Daraus hat sich kurz darauf der Mond gebildet. Doch auch wenn Zusammenstöße von Planeten im Bereich des Möglichen sind, ist die Venus über 38 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und der Mars mindestens 45 Millionen Kilometer. Wie würde man sie also von dort nach hier befördern? Planeten befinden sich in sehr stabilen Umlaufbahnen. Doch was wäre, wenn etwas einem Planeten aus einem normalen Orbit werfen würde? Merkur, der Sonne am nächsten, hat eine ziemlich elliptische Umlaufbahn. Er ist diversen Gravitationsstörungen durch die anderen Planeten ausgesetzt. Solche Veränderungen können indirekt auch die Umlaufbahnen anderer Planeten beeinflussen. Insbesondere der Mars könnte eine Bahn annehmen, die sich eines Tages mit der Erdumlaufbahn schneidet. Die Wahrscheinlichkeit einer realen Mars-Erde-Kollision beträgt 1% über einen Zeitraum von 4 Milliarden Jahren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Stellen Sie sich vor, in diesem Stadion befände sich eine einzige Fliege. Wenn ich mit meiner Hand einfach nur so machen würde, wie hoch wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei diese Fliege fange? Man würde nicht sagen null, weil es nicht ausgeschlossen ist, aber extrem gering. Der Zusammenstoß mit einem Planeten ist nur eine Methode, die Erde zu zerstören. Wenn man nun aber einen längeren, langsameren, schmerzhafteren Prozess wünscht, dann könnte man etwa die Erdumlaufbahn so verändern, dass sie sich immer weiter von der Sonne entfernt. Willkommen zu Methode Nummer 9, die Erde zu zerstören. Die große Kälte. Unter normalen Umständen führt uns unsere elliptische Umlaufbahn im Juli rund 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne als im Januar. Warum ist es dann im Juli nördlich des Äquators warm? Weil sich die nördliche Hemisphäre der Sonne zuneigt. Wenn die Erde mit 5 Millionen Kilometern pro Jahr von der Sonne wegrotieren würde, wäre diese Reise nicht unmittelbar tödlich. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen, kämen wir damit noch klar. Bewegen wir uns aber weiter nach draußen, wird die Sache ungemütlich. In rund 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonne ist ihr Licht nur noch etwa ein Drittel so hell. Die meisten Nutzpflanzen würden verenden. Der Asteroid war etwas größer als der Mount Everest, was eindrucksvoll klingt, aber nicht aus 300 Kilometern Entfernung. Wenn wir einen maßstabsgetreuen Globus hätten, könnte man das Gebirge mit den Fingerspitzen nicht fühlen. Es wirkt gigantisch, aber verglichen mit der tatsächlichen Größe der Erde ist es wie ein Ameisenhügel. Wir brauchen etwas, das mindestens halb so groß ist wie die Erde, ein Zehntel so massiv und das sich mit 50 Kilometern pro Sekunde auf uns zubewegt. Nehmen wir den Mars. Man könnte den Mars-Orbit verändern und den Planeten Richtung Erde schleudern. Während sie sich annähern, würde ihre eigene Schwerkraft sie gegenseitig anziehen. Während der rote Planet unseren Himmel füllt, löschen enorme Tsunamis, Inseln und Küstenstädte aus. Doch es kommt noch schlimmer. Wenn man auf der Seite lebt, auf der der Mars einschlägt, sofortige Verdampfung. Jene Seite, die nicht direkt getroffen wird, wird von gigantischen kontinentalen Erdbeben heimgesucht. Die Hitze von dem Einschlag verwandelt alle Wälder in ein Inferno. Geschmolzene Berge von Erd- und Marsgestein, die ins All geschleudert wurden, regnen in einem apokalyptischen Schauer der Zerstörung auf die Erde. Eine Stunde nach dem Einschlag ist alles, was auf der Erdoberfläche lebte, tot. Doch die Erde ist so groß, dass selbst ein direkter Treffer durch den Mars den Planeten zwar beschädigt, aber im Grunde intakt zurückließe. Um die Erde wirklich zu zerstören, müsste uns etwas Größeres treffen. Wie unser Schwesterplanet, die Venus. Die Venus hat einen erdähnlichen Durchmesser und über 80 Prozent ihrer Masse. Wenn also die Venus die Erde trifft, war es das. Beide Welten zerbersten. Riesige Fragmente schießen ins All. Der planetarische Schutt, der zurückstürzt, wird sich zu einem Erde-Venus-Konglomerat vereinigen, das größer ist als die ursprünglichen Planeten und so tot wie der Mond. Keine Frage. Eine gute Methode, um die Erde zu zerstören. Aber wie wahrscheinlich ist sie? Vor viereinhalb Milliarden Jahren hat uns etwas von der Größe des Mars getroffen. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig. Die frühe geschmolzene Erde war noch nicht ausgekühlt, als sie ein kleinerer Planet traf. Heftig.